so hier habe ich diesmal meine etwa staubige herr der ringe die zwei türme special extended dvd edition ich habe mir gedacht ich zeige euch die mal weil die eigentlich ganz cool designt ist was ist das was ist das was ist das ge weg ge weg lege ich einfach drauf passt schon karotten kartoffel käfer whatever das auch immer ist so sieht das ding auf jeden fall aus so man hier sagt die anhänge was ist denn da noch alles drinnen oh mein gott da ist so viel drin ich glaube das ist auch die edition wo die gollum figur dabei war die ich habe die habe ich in einem anderen video was ist das denn ok waldläufer ja irgendwie so ein komischer baum weiß es nicht was es ist es auch nicht so wild wie gesagt was haben wir hier special extended edition teil eins die anhänge die anhänge schlacht teil vier die schlacht um mittelerde beginnt teil drei die reise geht weiter zack teil zwei ja einfach nur mal gezeigt das gute stück sieht insgesamt ganz cool aus wird auch gleich wieder in meinem dvd regal verschwinden naja geh weg du komischer geh weg verdammtes viech was soll denn das wo kommt der her wird ein bisschen warm und schon kommen die käfer überall so ich hoffe es hat euch gefallen lassen mir ein like da oder auch nicht bis denn dann tschaui